Per Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803 wurde das geistliche Fürsterzbischstum Salzburg, nachdem Erzbischof Colorido im Wiener Exil abgedankt hatte, aufgelöst und ein neues Herzogtum installiert, das auch mit der Kurwürde verbunden war. Dieses Kurfürstentum Salzburg wurde, wie es der Frieden von Luneville vorsah, als Entschädigung dem ehemaligen Großherzog von Toskana, habsburgische Sekundogenitur übergeben, der sein Land auf Veranlassung von Napoleon Bonaparte verloren hatte. Die Kurwürde ursprünglich, nach den Erfahrungen mit Karl Albrecht von Bayern im österreichischen Erbfolgekrieg 60 Jahre vorher, gedacht. Das Kaiseramt für Habsburg abzusichern, wurde aber schon 6. August 1806 mit der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches hinfällig. Das Land Salzburg selbst wurde schon im Jahr davor Österreich angegliedert, in den Napoleonischen Kriegen schon bald französisch, dann bayerisch. Nach dem Wiener Kongress 1815 wieder österreichisch, war aber bis 4. März 1849 als Salzburg-Kreis nur landesteil des Erzherzogtum Österreich ob der Enz. Dessen ungeachtet bestand die Herzogswürde ungebrochen und blieb bis zum Zerfall der Habsburger Monarchie im Ersten Weltkrieg und der Abschaffung der Monarchien erhalten, Herzöge von Salzburg. Vor 1803 siehe.